Ja, das ist irgendwie blöd gelaufen. Ich habe mir gerade eben die Aufnahmen angucken wollen, die wir über Silvester gemacht haben und irgendwie hatte unsere Kamera anscheinend einen kleinen Fehler. Mit dem Ergebnis, dass es wirklich mega viel gelöscht hat. Also von dem Turmblasen habe ich nur noch eine Aufnahme, die ich mit dem Handy gemacht habe. Ich war mit den Kindern, wir waren bei der Sache und ich mit den Kindern Schlittschuh laufen, die Aufnahme ist weg. Ich war mit den Kindern im Outlet Center einkaufen, die Aufnahme ist weg. Das heißt, es fehlt echt viel, aber ich glaube trotzdem, das reicht, damit es ein cooles Video wird. Also viel Spaß. Zeit lang hatte ich selber eine Schwalbe und die wurde mir blöderweise geklaut, obwohl sie angekettet war vor unserer Haustür. Und mich macht das immer total traurig und umso mehr freut es mich, dass Sven mich eben hat kurz fahren lassen. Ich liege Jens, der jetzt schon seit Monaten im Ohr, er möge eine neue auftreiben. Er hat doch kein Geld. Aber ich hätte wirklich gern wieder eine Schwalbe. Ich hätte wirklich gerne wieder eine Schwalbe und ich hatte die schönste Schwalbe der Welt. Ein Bild von der Schwalbe blende ich euch ein, genau jetzt. Ich sehe nichts. So, wir sind auf dem Rückweg vom Turmblasen. Also wenn ich Sarahs Plan richtig verstanden habe, dann schminken wir die Wohnung, dann ziehen wir uns alle hübsch an. Ja, zeig mir alles, was ihr zu geben habt. Zeig mir alles, was ihr zu geben habt. Ja. Ach, gut, was ist das? Oh, Frau. Ja, rein spazieren. Pfff, ha, ha. Ha, 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 ha. Hast du nicht ja noch das Teller? Wir machen Locken. Ja. Schuh. Schuh, schuh, schuh. Das ist doch gar nicht, was das heißt. Du brauchst jetzt Locken. Silvester Locken. Acht. Neun. Zehn. Sieht man sich? Wuhu. Wuhu. Wir machen eine Nachtwanderung. Wir machen eine Nachtwanderung. Wir machen eine Nachtwanderung. Nein. Wir machen eine Nachtwanderung. Welches Papier magst du denn, Manni? Hier. Orange. Jamie, welches magst du denn? Wo bist du denn für die Mühe? Nee, meinst du wollen auch nicht das, Manni? Komm, Chef. Guck mal, Manni. Ich will das können. Der wird richtig schön in Ruhe, aber... Drei Minuten noch. Habt ihr euch selbst nicht alle? Wir haben heute gehofft, dass es zwölf ist. Eine Minute noch. Zwölf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Happy New Year! Prost Neues! Prost Neues! Prost Neues! Wir haben alle ausgeschlafen, Sarah Steffen. Aber ich mache mir jetzt besonders Geschenk, und zwar Sarahs Onkel Steffen. Er hat einen Quart. Damit werde ich jetzt ein bisschen hier durchs Dorf fahren. Da hab ich hier richtig Bock drauf. Ungelogen, ja. Es sieht immer voll dämlich aus, wenn die Leute da mit fahren, aber es macht so'n Spaß. Okay, das war's. Ich war jetzt nach Hause. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich brauche so'n Teil. Ich brauche so'n Teil. Falls ihr euch über den Ton gewundert, ich musste das Mikro oben abbauen, weil das immer weggeflogen ist bei dem Fahrtwind. Wir packen unsere Sachen und fahren nach Hause. Und ich freue mich wirklich ein bisschen auf Zuhause. Das ist so gut. Tschüss, Puggy.